Zu Müller. 1 zu 0, vierte Spielminute. Zu Müller. 1 zu 0, vierte Spielminute. Vorstopper Wörmer und Torwart Scheid hatten gleichermaßen gezaudert vor dem alten und neuen Torjäger der Bundesliga. Das Missgeschick gegenüber. Scheid gegen Hoeneß, Müller der Nutznießer. Das 4 zu 0. Das Missgeschick gegenüber. Scheid gegen Hoeneß, Müller der Nutznießer. Das 4 zu 0. Scheid überließ seinen Platz. Stunde eingesetzt. Mit Erfolg. Schneider. Müller. Das 5 zu 0 Müllers. Mit Erfolg. Schneider. Müller. Das 5 zu 0 Müllers. Drittes war das schönste Tor. Ein müheloser Sieg. Das 6 mit der Nutznießer. 2020. Super an. Planspie-Spieire sicher es sehr gut.